Du planst einen Besuch in München und hast keine Ahnung, wie es wirklich ist? Kein Wunder, bei den ganzen wunderbaren Portalen im Netz wird ja nur das Beste vom Besten empfohlen. Doch wir gehen der Sache auf den Grund. Wenn du nicht in München bist oder vielleicht tatsächlich in München bist, aber keine Zeit hast, es dir selbst anzuschauen, dann kommentiere einfach dieses Video, was du sehen möchtest. Und wir von Monaco Deluxe fahren vor Ort hin, schauen hinter die Kulissen, machen ein Video und stellen deine Fragen. Also, plane deinen Urlaub mit Monaco Deluxe, verpasse nichts und mit dem Hashtag Zeig mir München zeigen wir dir alles, was du sehen möchtest. Sei es ein Restaurant, ein Hotel, ein Wunschzimmer, eine Sehenswürdigkeit, ein Theaterbesuch, was auch immer. Hashtag Zeig mir München und wir zeigen dir, was du sehen möchtest. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt. Damit ist mich shifts, war Apart von incub lawn!? Heute 넘ht dich zu gehen Konsument나면 für Russische Xinwerben. Wer ist die Nami, diese Kulissen? Untertitelung des ZDF, 2020